... aus der Schweiz, der Bruder ja heute schon bei den Einspieler-Ponys mit dabei, auch im Team für die Schweiz. Janik Top erfolgreich in diesem Jahr in Österreich, in Altenfelden, da gewann er den Marathon, war hinterher in der kombinierten Wertung, auch der Sieger. Und bei der Royal Horseshow in Winzer, meine Damen und Herren, in Großbritannien, im Schloss Winzer, dort im großen Schlosspark, all die Jahre wieder eine große internationale Show, da war Janik in diesem Jahr auch im Marathon Zweiter, das war die tolle Erfolge aus diesem Jahr. Vielen Dank. Ja, go, go! Jawohl! So, ja!